Es gibt Buschkraftbrunch. Dazu ein selbstgebackenes Brot und ein Moor überlegen. Beobachtung. Schöpfle und Klaasen. Wir haben einen Schlagnuss. Wir haben einen Schlagnuss. Wir haben einen Schlagnuss mit einem Schlagnuss. Wir haben eine Schlagnuss. Wir sind die Schlagnuss. Kommen wir aus. Wunderbar. Kommen wir vor. Danke. Da wirst du dir das Kühlschrank für den Wälder 100% aufrechtern. Hallo, Christoph! Du wolltest schon so wandern können. Das sind Timberland. Die habe ich gebraut auf dem Pfennigmarkt gekauft. Ein paar Euro 50. Das sind super. Keine dicke Sohle, aber so zum normalen Wandern, wenn es nicht Asphalt ist, sind die ganz gut. Ganz authentisch mit einer Staubschicht drauf. Ich bin nämlich heute unterwegs. Ich weiß nicht, was du sonst wissen willst von den Dingern. Was ich zu deinem Kanal noch sagen wollte, ist, du bist ja echt ein Messer-Experte. Und ich habe viel von dir gelernt. Danke für dieses Giveaway-Challenge. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe hier dieses Setup gemacht. Und genieße den Abend. Gute, ich hab hier das Gefühl gemacht. Lecker. Da ist ein Hinweis. Und das Abendessen. Ich habe hier das Abendessen. Spass. Musik